Hallo liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar 2022 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond-, Venus- und Aszendentzeichen, okay? Starten wir mit deiner Legung, Zwillinge. Ich sehe vor meinem geistigen Auge einen Baum. Dieser Baum steht mitten in der Nacht, also eigentlich steht ja dieser Baum und es ist halt Nacht, okay? Tag und Nacht kommen und gehen, der Baum, der bleibt. Es ist Nacht, da steht ein Baum und das Interessante ist, dass die Umgebung drumherum stockfinster ist, aber der Baum an sich leuchtet. Leuchtet es von sich selbst aus? Nein, es wird wie beleuchtet von irgendwo. In klassischen Interpretationen ist der Baum Familie oder Verwurzelung, da wo deine Wurzeln sind. Ich würde es mal so interpretieren, Zwillinge, was auch immer, seit deiner Geburt da ist, wird im Februar zum Vorschein treten, oder? Bei Wurzeln ist das, wo du Wurzeln geschlagen hast, oder die Wurzeln des Baumes. Das muss nicht unbedingt Familie sein. Das kann sein, dass du zum Beispiel, vielleicht bist du irgendwo in Norwegen geboren und nun kommt die norwegische Sprache mehr zum Vorschein im Februar. Oder deine Eltern hatten damals ein Cordon Bleu-Restaurant, als du geboren bist. Du kennst die Düfte von Cordon Bleu sehr gut. Und das ist dann etwas, das seit deiner Geburt da ist, dann kommt das auch zum Vorschein im Februar 2022. Was auch immer bei deiner Geburt so Teil deines Sinnesumfelds ist, war bzw. was du aufgenommen hast mit deinen fünf Sinnen damals, als du auf die Welt gekommen bist, das tritt zum Vorschein. Okay? Wollen wir mal schauen? Vielleicht gibt es unter euch Menschen, die in den Alpen geboren sind und jetzt habt ihr ein Februar, wo ihr zum ersten Mal Ski fährt, Snowboard fährt. Da ist irgendeine Wiederverbindung da, eine Reconnection mit der Geburt. Irgendwas, das mit deiner Geburt zu tun hat. Vielleicht haben manche von euch einen Zwillingsbruder, eine Zwillingsschwester und ihr habt jetzt vermehrt Kontakt im Februar, verbringt viel Zeit miteinander. Schauen wir mal. Eine Karte bitte für Zwillinge im Februar 2022, bitte. Zehn der Münzen. Da ist ein Neustart im Februar, nachdem du etwas anderes kompletiert hast. Wir gehen in unserem Leben, gehen wir mehrere Münzenphasen durch. Von Ass der Münzen hin zu Zehn der Münzen. Ass der Münzen, Zehn der Münzen. Ass der Münzen, Zehn der Münzen. Wir machen all die Schritte durch bis zu Zehn der Münzen. Jetzt ist es so, von allen Assen ist Ass der Münzen die einzige, die Wurzeln schlägt. Münzen stehen für Erde, für Wurzeln, für das Pflanzen von Dingen. Da entstehen Dinge. Und du hast in der Vergangenheit mal ein Ass der Münzen vor deinen Augen gehabt. Ja, eine Gelegenheit, um etwas zu starten. Und aus irgendeinem Grund hast du gesagt, doch, ich stecke die Mühe, die Ressourcen, das Geld in diesen Ass der Münzen da, stecke ich jetzt rein und bringe es zum Gedeihen bis zu Zehn der Münzen. Und da hast du jetzt das Maximum erreicht. Die Karten funktionieren natürlich immer in Kombination. Wir alle haben Stab, Kech, Schwert und Münze in uns. Das sind immer diese Faktoren, die in unserem Leben wie laufen oder unser Leben beeinflussen. Du hast damals diese Ass der Münzen angenommen wegen irgendwas anderem außer Ass der Keiche. Ass der Keiche ist eher ein Gebot, ist eher, dass da eine Seele auf die Welt kommt. Und vielleicht hast du damals Ass der Münzen kombiniert mit Ass der Schwerter. Diesen Weg hier bist du vielleicht angetreten, weil es dir vernünftig erschien. Oder Ass der Stebe, weil du Leidenschaft dafür hattest. Oder Ass der Münzen alleinstehend für sich. Die tun mir dann am meisten leid, weil ihr hier überhaupt nicht erfüllt dann seid. Weil es ist nicht kombiniert mit irgendetwas. Es ist einfach nur eine Erdbeere, die man gepflanzt hat und die einem nicht einmal schmeckt zum Beispiel. Zehn der Münzen steht dafür, dass in der Vergangenheit mal was gepflanzt wurde. Das ist nun gedeiht, das ist nun bei Zehn der Münzen. Aber was auch immer der Grund dafür war, dass du diesen Weg angetreten bist und jetzt kompletiert hast, es erfüllt dich nicht mehr. Okay? Zehn der Münzen alleinstehend heißt, ich habe es geschafft, aber ich bin nicht glücklich. Okay? Es erfüllt mich nicht. Ich will was Neues pflanzen. Ich will was Neues pflanzen. Ich will es nochmals angehen. Ich möchte wieder mit was Neuem starten. Okay? Wir gehen eben immer, Ass der Münzen hin zu Zehn der Münzen gehen wir durch. Und das ist darauf aufbauend. Bei Schwerter ist das zum Beispiel nicht so. Wenn Zehn der Schwerter kommt und dann Ass der Schwerter, dann sind wir fertig mit der Vergangenheit. Das ist ein Cut. Fertig. Neue Klarheit weiter. Aber bei Ass der Münzen geht es darum, dass man auf dem hier etwas Neues aufbaut. Okay? Und Zehn der Münzen steht dann übrigens auch für Familie, für die familiäre Umgebung. Jene Struktur, in der du geboren bist. Also ich hoffe für euch alle, dass ihr da eine gewisse... Ich würde nicht sagen, Struktur, das hatten wenige. Ja gut, tun mir viele leid. Ich auch. Ich bin in einem Flüchtlingsheim geboren. Das ist nicht zu vergleichen mit jenen, die eine gute Struktur um sich herum hatten. Es geht hier mehr um das Setting, das um dich herum geherrscht hat, als du geboren bist. Falls du zum Beispiel in einer schlechten Familie aufgewachsen oder da geboren bist und zum Beispiel als Baby Schlechtes um dich herum hattest, dann ist das auch schon ein Setting. Das ist auch eine Zehn der Münzen. Was für ein Zehn der Münzen? Ja, das kann man dann hinterfragen, aber es ist ein Zehn der Münzen und leider eine stabile Situation bei vielen. Ja, das anhält. Okay? Das ist das, was man über Jahre dann kennt. Okay? Königin der Schwerter. Das bist du, Zwillinge. Du bist die Königin der Schwerter im Tarot, bist ein Luftzeichen. Es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn du sagst, dieses Mal geht es nach meiner Nase. Es ist eine ziemlich interessante Energie. Du nimmst etwas, das bei deiner Geburt geherrscht hat, nimmst du und sagst, ich werde es umformen gemäß meinem Gusto. Es werden hier jetzt viele Menschen zuschauen, die vor allem für die Liebe schauen, die vor allem in der Liebe die Karten befragen möchten. Da wäre die Situation zum Beispiel, sagen wir mal, deine Eltern waren zum Beispiel getrennt, als du geboren bist. Dann möchtest du schon das aufnehmen, du findest das gar nicht so schlimm. Aber du willst es auf eine bessere Art und Weise jetzt durchführen. Auch du möchtest jetzt ein Kind in Trennung, du willst mit niemandem zusammen sein, aber auf eine bessere Art und Weise. Oder sagen wir mal, du bist in einer gefestigten Familiensituation geboren, wo die Eltern super drauf waren, wo die Beziehung auch toll war, das Familienleben toll war. Dann sagst du, das war toll, ich nehme das und werde das aber auf meine eigene Art und Weise nehmen oder auf meine eigene Art und Weise gestalten. Okay? Okay? Es muss nicht um ein Kind oder so gehen. Du kannst ja auch sagen, meine Eltern haben damals getrennt gelebt. Auch ich möchte getrennt leben, aber auf eine bessere Art und Weise, wie sie damals. Meine Eltern hatten eine gute Ehe, auch ich will das, aber auf eine bessere Art und Weise. Okay? Das ist etwas, das du nicht schlecht findest. Es ist etwas, wo du einfach sagst, ich kann es besser. Das war schon gut, aber ich kann es besser. Falls du auf einem Bauernhof zum Beispiel geboren bist, oder das dein Thema war bei deiner Geburt in deinen ersten Monaten, Jahren. Dann willst du jetzt auch wieder irgendwas mit Tieren zu tun haben, aber auf eine bessere Art und Weise. Okay, also besser, deinem Gusto nach besser. Neun der Stäbe, das ist dein Gegenüber. Wie steht es so mit der Kommunikation zwischen euch beiden, weil ihr seid irgendwie beide komplett woanders? Mit wem auch immer du es hier zu tun hast, dieser Mensch hat einerseits ein bisschen Angst vor deinem harten Auftreten hier. Für dich ist es sehr wichtig, dass es jetzt nach deiner Nase geht. Andererseits bereut dieser Mensch, nicht bereut, sondern fragt sich, ob das damals ein richtiger Start war. Ich habe ja vorhin von diesem Ast der Münzen in der Vergangenheit geredet, wo jetzt zehn der Münzen erreicht wurden. Dein Gegenüber fragt sich, ob hier damals aus richtigen Gründen heraus begonnen wurde. Es gibt hier eigentlich kein richtig oder falsch, so wie es aussieht, so wie ich das fühle, war das damals für diesen Moment, an diesem Ort schon die richtige Entscheidung. Aber Menschen verändern sich, wir verändern uns und du hast jetzt einfach andere Prioritäten, sehe ich hier. Okay, das macht die Vergangenheit nicht falsch, das macht es einfach abgelaufen. Das ist heutzutage, falls ich das so reinwerfen darf, heutzutage ist es sehr, sehr, sehr wichtig, nicht an Entscheidungen festzuhalten. Leute, die Welt verändert sich so rasant, so schnell, die Gegebenheiten verändern sich so krass. Man kann es sich nicht mehr leisten, an Entscheidungen vom letzten Jahr festzuhalten oder ein paar Monaten. Es geht nicht. Ihr habt gesehen, auch mit Corona zum Beispiel, all jene Eltern, die daran festgehalten haben, dass Kinder nicht mit einem Tablet rumspielen können. Wenn die daran festgehalten hätten, hätten sie die Bildung des Kindes versaut. Oder man, das ist ganz wichtig heutzutage, dass man nicht an alten Entscheidungen festhält. Dass alte Entscheidungen verworfen werden, heißt nicht, dass das damals falsch war, sondern, dass jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort mehr ist für diese Entscheidung. Es ist verfallen, sozusagen. Okay? Schauen wir mal. Ach, der steht mir. Gut. Kommunikation. König der Münzen. Ihr werdet euch hier sehr schnell einig darüber, wohin es jetzt neuerdings gehen soll. Es kommt hier Kommunikation auf dich zu, beziehungsweise, falls ihr schon Kontakt habt, werdet ihr viel transparenter über diese, einerseits die Ängste deines Gegenübers und den neuen Wunsch. Deinerseits werdet ihr hier reden. Acht der Stäbe steht für diese Transparenz. Ich sehe hier, es wurde in der Vergangenheit in Kombination mit Ast der Stäbe wurde hier Zehn der Stäbe angegangen. Stäbe stehen für Leidenschaften, aber auch für Ängste. Sie stehen für Kreativität, dafür, dass man was Neues ausprobieren möchte. So wurden diese Zehn der Münzen damals angegangen. Diese Struktur, die du bisher erreicht hast, in welchem Gebiet auch immer du jetzt deinen Kopf hast, woran auch immer du jetzt gerade denkst. Und dieses Mal soll es aber aus anderen Gründen nochmals vorwärts gehen, beziehungsweise eine neue Etappe angegangen werden. Und in Bezug auf diese Gründe, in Bezug auf deinen Wunsch, also deine Wurzeln basierend auf deinen Wurzeln zu schlagen. Hier beim König der Münzen geht es um Wurzeln schlagen. Du siehst, wie verwurzelt der ist. Werdet ihr euch hier schon bald einig sein. Okay? Ich werde hier mit diesen Karten schauen, wie es hier weitergeht und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Das hier sind Zeitkarten und die werden uns Zeitangaben machen. Okay? Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox in dem obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.